Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Mecklenburg-Vorpommern der MVP 2019. Heute mit dabei der Florian, der Lukas, der Michael, der Flo, der Carsten und der Mané irgendwie in der Mitte anfang war nicht gut. Guten Tag, ihr Herren. Hallo. So, wir haben festgestellt, das Geld reicht nicht. Wir haben aber gerade eine wunderbare Idee genannt bekommen, die wir einfach mal machen werden. Und zwar ist unser Lager ja prall gefüllt. Wir werden jetzt einfach unser Lager wirklich verkaufen, um heute in dieser Aufnahmesession einfach tatsächlich abzuschließen. Wenn ich's mal finde, ne? Alter, haben wir viel Mist. Lukas, fährst du das bitte? Bitte? Ey, Lukas, lass mir einen Trickern rumspielen. Irgendjemand verkauft, irgendwann kauft er noch Kühe. So, äh, verkaufen. Alter, Walter. Ich hoffe, es reicht. Es ist gar nicht so viel Geld, wie ich dachte. 5,5 Millionen für Mischrationen. Ja, okay, sollte reichen. Äh, 8 Millionen hatten wir im Lager. Ich hätte gedacht, das ist mehr. Kriegen, kriegen wir auch richtig Kohle, wenn wir die, die, äh, 5 Millionen hier Futtermischer verkaufen? Ob wir den, ob wir dann das Geld daraus auch kriegen? Oder ist der dann einfach weg, ohne irgendwas? Das weiß ich leider nicht. Dasselbe kannst du machen mit, ähm, 47.000 Liter Wolle im Wollelager. Find's doch mal her raus. Äh, ja, der war einfach so weg. Ja. Ja, gut, ich glaub, das Wolle lag übrigens auch. Verratet's aber keinem. Wo's geht, ist bei den, bei den Feed Productions. Da kriegen wir tatsächlich sogar die Sachen. Aber ich glaube, mit 8 Millionen, ne, äh, kommen, kommen wir hin. Genau, ich drück hier auch nochmal. Ja, jetzt hab ich hier aber so ein Kuh-Ding. Florian, bewegt die Karre jetzt hier weg. Ja, ich beweg doch mal ein Arsch, wir schon weg. Ja, los. Ja, der fährt. Ja, ist aber, glaub ich, nicht gut, wenn wir beide gleichzeitig kaufen. Meinst du? Nein, das funktioniert nicht. Ich hab eben auch gekauft. Ich muss, lass. Ah, okay. Dann werden wir einfach, ein bisschen hier klar Schiff machen. So. So. Ihr habt gehört, die werden hier aufgestellt, wo der Futtermischer mal stand, ne? Da haben wir Platz dafür. Das Schöne ist, ne? Wir haben gerade unseren kompletten Futtermischer verkauft und können nicht mal mehr die... Ja, haben genug Futter für die Kühe. Fährt mal in den Ecke, wir nehmen ja weg, bitte. Macht schon einer? Ja, war weggeschmissen. Ja, wer lässt denn da einfach den Ecke? Wir stehen. Manni. Ach Manni, ihr hättet wahrscheinlich noch Kühe drin, ne? Ja. Die hab ich ausgeladen. Okay, dann. Boah, ja. Also mit einer Truppe bin ich jetzt gerade noch auf dem Weg. Ja, ne. Ja. Ja. Schwierig. Okay. Wo? Ähm. Da steht auch noch ein Transporter. Ja. Die werden hier einfach alle in der Reihe aufgestellt, ne? Und so, ein bisschen aufräumen, ne? Oh, Entschuldigung. Mein Fehler. Kommt da jetzt noch einer mit kühlen? Ja. Ich glaube, Carsten, wenn er mal den einen fangen vom... Okay, weil die passen mich gerade so jetzt noch ein, dann ist Schluss. 3980 Kühe haben wir jetzt zur Zeit. Boah, das sieht gut aus, ne? Ja, ich warte gerade auf Carsten, weil... Ja. Ich hätte die Kühe nicht mehr abgeladen, weil der Stall, in den Stall passen halt nur 4.000. Äh, ich glaube sogar 5, aber er hätte auch... Möhm. Müssen wir mal gucken. So. Guck mal, was macht ihr hier? Hallo, Manni. Kann man euch helfen? Wieso ist mein Mann jetzt? Aber ich hab dich gerade abgeladen. Ne, du hast mich voll gemacht. Mein, der Hänger ist leer. Ach, jetzt. Guck mal, da steht einfach so eine Laderne auf dem Hof. Reiß ab, die Funke. Die suche ich bestimmt jetzt da nicht mehr raus. Mit Wunsch ist, wir haben jetzt 4.000 Kühe. Ja, ich guck gleich nochmal. Zähl sie bitte nochmal nach. Ja, ich geb mir Mühe. Shit, ey. Das heißt, auf der neuen Map steigen wir ein mit 4.000 Kühen und die Herausforderung ist, die am Leben zu halten? Ähm, ich glaube nicht. Negativ. Lauf. Lukas sein Gas klemmt. Lukas, hast du ne Geweine? Ja. Ne. Dann räum doch hier auf. Bring dein LKW weg. Folge mir. Hier vorne steht noch einer, der muss noch weggefahren werden. Mach die Funzel aus, Alter. Das blendet. Das fände ich dir echt übel, ey. Ja, absolut. Willst du alle Fahrzeuge zum hochfahren, Uwe? Nein, nein, nein. Wir brauchen jetzt nicht noch alles von der BGA hochkarren. Das wäre ein bisschen viel. Wollen wir den Feldern holen? Äh, ach ja, guck mal hier. Wir haben hier noch ein bisschen was auf dem... Ja, das können wir zum Beispiel machen, ne? Ich fahr den 1050er. Ich weiß, jemand freut sich. Es ist nicht so schlimm. 250 Betriebsstunden. Ja, ich war fleißig. Aber es ist... Wir sind auch nicht alleine auf meinen Mist gewachsen. Also von daher. Es war 49 von dir, einer von dem anderen, gell? Theoretisch ungefähr. Können wir hinkommen. Die pure Selbstüberschätzung ist am Start. Guck mal, ich war auf jeden Fall nicht bei dieser Stunde beschäftigt, weil ich hab vorwärts, rückwärts, äh, guck' noch an. So, wo kommt der ECW hin? Äh, Achtung. Ich kreuze. Ich konnte leider nicht schnell genug bremsen. Ja, äh, hinter dem, da, wo, äh, ich quasi gerade herkam. Ja, ja, ja. Er war mich hier nicht voll, alter. Ich fahr Fenn. Wer Fenn fährt, führt. Schließ dich an. Da, wo wir sie schon mal hingestellt haben. Richtung Verkaufshäuschen, alle in eine Reihe. Passt doch. Okay. Oh, ich stehe sich. So. Sieht gar nicht so aus, als hätten wir 4.000 Kühe. Oh, das ist ein bisschen Mist. So. Äh, wo sind eigentlich die ganzen Anhänger, die wir haben? Teils an der BGH. Die Ladewagen sind auf der Wiese unterwegs. Ah, okay. Also schön verteilt. Gut, denn, der neue Besitzer muss vor Not so ein bisschen seinen Maschinenvortrag suchen. Ist ja auch fast Ostern, ne? Was, lassen wir die Meerträsche auf dem Feld stehen oder holen wir die auch heim? Gut, können wir gerne gleich gucken. Okay. Die sind wahrscheinlich noch voll am Arbeiten, ne? Ja, aber die helfen aus. Also einen, den ich auch gerade habe, der ist voll. Also beim Silage, äh, Silo ist noch ne 939, der gerne in der Halle würde. Beim Silage, ach so, ja. Hinten durch, genau. Entschuldigung. Bin unterwegs. Ich mach mal einen Kranflitzer. Mach mal. So, äh, passt da noch was? Oh, der ist doch leer. Also den Lexion, den ich gerade habe, ist... Ja. Der ist voll. Vorwärts, rücken, rückwärts gucken ist echt ne super Erfindung, ne? Noch ein Stück, noch ein Stück. Ja, stopp. Wenn's knallt, noch ein Meter. Ist ja nur der 1050er. Der ist doch eh kaputt. So, ähm... Der ist mal gerade eingefahren, hallo. Eingefahren. Ja. So, ich hol den Lexion jetzt nach Hause. Oder einen von den Lexions. Da sind auch noch 18.000 Liter Hafer drin. Die sind bestimmt gut für die... Straßenlage. Er hat auch noch vorwärts, rückwärts an, ne? Kann ich nicht mehr rumgehen. Äh, hier geht's nach Hause. Okay. Wir lassen uns mal die Karte auf. Ja, mag noch einer den letzten Lexion nach Hause holen? Ich glaub, da steht noch einer in der Ecke. Ne, es ist ein Abfahrer. Den fahr ich. Ja, sehr gerne. Ne, den hab ich gerade. Guck mal, der Lexion, ne? Der, was soll man sagen, so ein Meter ist fast langsam. 65, 66 Schachter, sehr gut. Das ist eigentlich der beste Weg nach Hause, ne? Ja. Hm. Das war ein bisschen. Führig. Moment, erfreut ihr euch schon auf die neue Karte? Aber richtig. Richtig. Ja. Das wird, das wird richtig gut. Denke auch. Das wird, das wird groß. Sprache und kommt von der größten Karte mit den größten Maschinen, nur gefühlt, ne? Nein, ich, ich hab ein gutes Gefühl. Das wird, wird super. Genau. Wollen wir noch irgendwo was stehen, was drauf muss? Ähm. Eine Baumaschine brauchen wir nicht. Ich glaube, wir haben hier noch einen Lexion, der weg kann. Ich glaub, den holt wer anders, oder? Hat, hat einer Bock hier Lexion zu fahren? Oh, BGH. Nee, ich frage auch was anderes hier. Ah ja, BGH? Nee. Also ich hab einen Lexion. Äh, war ja, bei Feld 18, aber ich hab den eingekylt. Bin ich als Admin wieder eingeloggt? Äh, ja, glaube. Ah, superkraft ist auch an. Na, dann kann ich den irgendwo anheben? Natürlich nicht. Ja, ich hab den in so einem Baum, Baumallee leider festgehakelt. Weil ich ihn oben ja nicht zuklappen kann. Ja, ein bisschen schwierig. Dann müsste ich auch noch Abfahrer gestanden haben, dann hätte man ihn leer machen können. Ja. Geht das schon, Manni? Nee. Einfach, einfach abladen, wo du bist, für die Tiere. Vor allem, ich reiße an dem Ding hier, ne? Und es passiert einfach mal gar nichts. Ich glaub, den hab ich richtig auf'm Ass gesetzt. Ha. Wo bist du denn? Klepp doch mal das Röhrchen aus. Mal gucken, was dann passiert. Ja, mal gucken. Aber da passiert nicht viel. Aber es geht so. Steigst du mal kurz aus, Manni? Ich will mal was versuchen. Kommt nicht raus. Nee, Manni, du sollst mal aussteigen. Ach so, ja. Guck mal, ich hab da mal kurz was versucht. Steht am Händler. Äh, fein, vom Händler weg. Oder ist da schon einer? Nee, steig ein. Sehr gerne, alles gut. So. Micha steht hier unten noch. Ich komme. Ja, ja, alles ist gut. Im Anflug. Guck mal, Scorpion King steht hier noch so rum. Schneidwerk mitnehmen. Das muss ich nochmal drehen. So, ich bring jetzt noch den Scorpion King nach Hause und dann war's das. Das schneidwerk nochmal drehen. Das wichtige haben wir dann. Manni, lass das schneidwerk zur Not stehen. Der, der Händler ist echt ein netter Typ. Gut, dann lass ich es stehen, weil das heißt, ich stehe nämlich falsch rum. Ja, ja, alles gut. So. Äh, warum, warum, warum kam ich auf die Idee, den Scorpion King nehmen zu wollen? Das war alles schon, der Du. Ja, der hängt doch gleich wieder überall fest. Mann, Mann, Mann. Es ruckelt auch gerade ganz schön. Kann das sein? Heftig. Mächtig, ja. Wir haben ja tausend von Helfer gerade an. Ja, einer lässt, glaube ich, alles nochmal nach Hause fahren, ne? Wir gucken jetzt in keine Richtung. Doch scheiße, das ruckelt doch extrem dann. Die zwei Roder sind noch auf den Feldern. Ja, mach mal ein. Das ist mal einer. Einen habe ich schon eingelagert. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Helfer. Weg jetzt, Scheißdenk. Wirklich? Haben wir so viele Helfer aktiviert? Oh, das ist echt übel am Leggen. Ja, schalt mal bitte einer die ganze Helfer aus. Bin schon dabei. Oh, ja, 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 ja. Gott sei Dank fahr ich einfach nur stupide übers Fels. Hüp, 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 hüp. Komm, mir kann ein Gang kommen. Ja, ja, ist schwierig. Was? Wer hat sich denn den T-Rex gegünnt? Was machst du denn da? Willi. Es wird besser, oder? Nee, irgendwie nicht. Aber bei mir schon. Scheiße. Hüpp, hüpp, hüppelidei. Boah, es ist am rumlecken hier. Aber sowas hin. Ja, Männer, lass doch schnell hier den Ponzer zum Hof kommen und dann... Ja, jetzt gibt der Server zum Abschluss nochmal alles, ne? Ja, gut, wir haben ihn nur mal richtig gefordert, ne? Muss man auch einfach sagen. Ja, ich denke, mit dem Glas kommen wir schon so langsam an. Boah, dauert doch ein bisschen. Hier fährt ein Förderband übers Feld. Ja, ja. Ach, mein Florian. Ist nicht meins. Warte mal, komm, ich helfe dir mal. Nein, nein, nein. Oh, Mann. So ein Otto hier. Ach, komm schon. Jetzt fahr ich nur noch acht. Schön, danke. Also, Scorpion King ist ganz geil, ne? Man hat vorne so einen Arm, um sich nochmal selber zu befreien. Ach, guck mal, da bist du. Ich weiß nicht, ob ich bremsen kann. Das fähne ich gleich raus. Nee, anscheinend nicht. Ja. Scheiße. Alter. Mann, Mann, Mann. Boah, ey. Komm schon. Ist das am Leck, ey. Das stimmt. Das ist eine Schaukelei hier. Ja, ey. Das ist so nervig. Die ganzen Helfer jetzt gerade. Meinst du, wir schaffen das zusammen? Na klar. Na, wir zwei schmalen, ne? So. Ich würde sagen, das Wichtigste ist am Hof. Kommt doch einfach mal schnell alle zum Hof gesprungen. Wir treffen uns irgendwie hier vorne bei der Einfahrt. Machen wir einfach mal hier schnell. Äh, das war das Falsche. Ach, Hilfe, aktiv angeblich. Ei, ei, ei. Habt ihr gehört? Der ist exakt Manni da. Ja, der hat da seinen auch hingestellt. Ja, passt. Aber das ruckelt mir zu viel. Gut. Äh, ja, unsere Millisekunden sind auch mal richtig im, im, äh, Eimer. Wir können auf die klassische Idee lauter Helfer noch einzustellen. Ja, alles gut. Liebe Leute, wir sind fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Männer, ich freue mich wirklich aufs neue Projekt. Es wird gut. Ihr habt da, ihr habt's im Gefühl. Wenn ihr euch übrigens alle ins Bild stellt, ne? Dann seh ich euch auch alle. Das brauche ich nicht immer noch weiter nach hinten. Aber nur fürs nächste Mal. Liebe Leute, wenn's euch gefallen hat, lasst wie immer gerne einen Daumen nach oben nach. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns die Tage mit einem neuen Projekt. Männer, in diesem Sinne, ich freu' mir. Ciao. Tschüss. Tschüss.